Meilen Highlights und Meilenschnäppchen Juli 2023. Heute am 1. Juli, dem Samstag, gebe ich euch mal einen Überblick über die neuesten Highlights, die kommen. Wer einen Bausparvertrag machen möchte, der kann bei Dr. Klein ein spannendes Angebot finden mit bis zu 40.000 Meilen. Dann gibt es bei Marriott 12 Meilen pro US-Dollar, bis zu natürlich. Und es geht weiter mit einigen Meilen-Schnäppchen, die dieses Mal auch relativ spannend sind, je nachdem, wo man hin will. Und Meils & Moor Kreditkarte, 10.000 Punkte anstatt 4.000 Punkte. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Ihr wisst ja, 2023 ist das Jahr von Meils & Moor. Meils & Moor wird 30 Jahre alt und es steht immer natürlich noch unter dem Motto Celebrating You. Und die Angebote, die in dem jetzigen Meilen-Highlight sind, können sich auch sehen lassen. Ich scrolle direkt mal runter zum ersten Angebot. Das ist SIXT. SIXT Mietwagen, natürlich ein langjähriger Partner, ist jetzt damit bis zu 5.000 Prämien-Meilen für eine Mietwagen-Buchung. Heißt also, wer einen Roadtrip bucht, kann bis zu 10-fache Meilen für die Fahrzeugmiete bekommen. Pro Miettag 500 Meilen. Am ersten Tag natürlich 500, am zweiten 1000 und so geht das dann weiter. Am neunten sind das zum Beispiel 4.500 und nach zehn Tagen bekommt ihr 5.000 Meilen. Das Angebot gilt für alle Fahrzeugkategorien, einschließlich der Elektro- und der Hybridflotte und Buchungszeitraum 1.7. bis 31.7. Aber ihr könnt anmieten vom 1.9. bis zum 31.10. Das ist ja cool, weil das passt genau mit meinem USA-Trip. Da habe ich vier Wochen lang eine Miete. Also 5.000 Punkte einfach mitgenommen. Coole Sache. Das nächste Angebot wäre Miles & Pay. Miles & Pay ist ja auch ein alter Partner bei Miles & More, die sie jetzt eingeführt haben. Bis zu 40% Meilenersparnis beim Tanken. Und dort ist es so, dass ihr Volltank dabei Meilen spart. Mit Miles & Pay erhalten die Teilnehmer in Deutschland und Österreich bis zu 40% Meilenersparnis. Ja, das ist doch toll. Die Beträge können anteilig oder vollständig mit Meilen beglichen werden. Außerdem sammeln Teilnehmer mit einer Miles & More Kreditkarte beim Einlösen von Meilen mit Miles & Pay direkt neue Prämienmeilen. Ist doch cool. Direkt Meilen-Dipping mit der Zahlung mit Meilen neue Meilen nehmen. Bisher noch kein Miles & Pay genutzt, dann bekommt ihr sogar, wenn ihr euch registriert, 500 Prämienmeilen on top. Nur Aktionszeitraum ist der dritte, siebte bis zum 30.09. Habt also richtig viel Zeit. Jetzt kommt Dr. Klein. Das ist das mit dem Bausparn. Da ist es so Meilen sammeln und Wohnträume erfüllen. Bei dem Miles & More Partner Dr. Klein, 40.000 Meilen kann man bis zu bekommen. Ab einer Bausparsumme von 10.000 Euro sind es 5.000 Meilen. Ab einer Bausparsumme von 50.000 Euro sind es 12.000 Meilen. Von 250.000 Meilen und mehr sind es 25.000. Und um die maximale Summe zu bekommen von 40.000 Lufthansa Miles & More Meilen, müsst ihr 500.000 Euro Bausparsumme haben oder mehr. Ist doch lukrativ, oder? Auch hier wieder Aktionszeitraum, 1.7. bis zum 31.8. Also ihr müsst den Bausparnvertrag abschließen, nicht das Geld einzahlen, also damit da keine Missverständnisse entstehen. Marriott. Wer bei Marriott übernachtet, kann jetzt mit bis zu 12 Prämienmeilen von Lufthansa Miles & More bekommen, pro US-Dollar Umsatz. Mit dem Angebot von Marriott kann im Sommerurlaub natürlich nichts mehr schief gehen. 7.000 Hotels und Resorts gibt es weltweit in über 131 Ländern. Ihr bekommt für Marriott Bonvoy als Mitgliedschaft nochmal Punkte on top. Dann sind das bis zu 2 Prämienmeilen nochmal zusätzlich pro US-Dollar. So sind das dann 10 Stück insgesamt. Rufungszeitraum ist der 1.7. bis zum 31.7. Reisezeitraum 1.7. bis 30.9. Aber denkt dran, wenn ihr die Meilen sammeln wollt, sammelt ihr nicht bei Marriott Bonvoy. Nur als Hinweis. Das heißt also, da würdet ihr dann für euren Status nichts tun. Open-Air-Shopping in den Villages. Wer mag nicht gerne shoppen in Wertham zum Beispiel oder in Ingolstadt Village oder dann gibt es natürlich The Bista. Ich habe bis jetzt heute noch nicht rausgefunden, wie man das ausspricht. Ich glaube, bis da, ich hoffe, dass das richtig ist, kann man in diesem Sommer entspannt Open-Air-Shopping machen und Miles & More Meilen sammeln. Ihr wisst ja, wie es geht. Ihr bekommt bis zu 4-fache Prämienmeilen pro ausgegebenen Euro oder Pfund. Heißt also vom 1.7. bis zum 31.8. Ihr müsst den Beleg sammeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann geht ihr zur Information und die schreiben euch das gut. Es gibt, soweit ich das sehe, keinen Mindestwert, den ihr einkaufen müsst. Es kann sein, dass es 100 sind. Die Seite ist leider noch nicht scharf geschaltet. Aber wer shoppen möchte und hier auch einen Kaffee haben möchte, kann das natürlich im Wertham Village machen oder im First Class Terminal. Also hier gibt es alles. Holiday Check. Da gibt es wieder bis zu 200 Prämienmeilen pro Bewertung. Heißt also, normalerweise gibt es ja 100. Also einmal hier eine Verdopplung. Und dann ist es so, wenn ihr im Aktionsmonat Juli doppelte Meilen rausholen wollt, für ausgewählte Länder gilt das übrigens nur. Für Hotels in den Ländern Spanien, Italien, Thailand, Griechenland, Türkei, Ägypten, Portugal, Vereinigte Arabische Emiraten, Mexiko, Kroatien, Domrep, Malediven, Bulgarien, Norweizius, Zypern und Tunesien. Da gibt es halt wirklich diese 200 Meilen anstatt der 100. Wenn ihr noch nicht bei Holiday Check registriert seid, könnt ihr natürlich auch nochmal zusätzliche Meilen kriegen. Alleine für die Registrierung sind das 100 Prämienmeilen. Man kann pro Monat 10 Bewertungen abgeben, da das Ganze über zwei Monate, nee, läuft nur einen Monat. Also könnt ihr da maximal 2000 Punkte plus die 100 abholen. Wunderbar. Wenn ihr nicht nur in Werthand shoppen wollt, sondern auch online shoppen wollt bei Lufthansa über die Plattform und dann zu Lockten oder sowas geht, da gibt es bis zu 15-fache Prämienmeilen. Bei Lockten gibt es diesen Monat 15-fache Meilen, 8-fache Meilen ansonsten im Juli, also das heißt am 15. bis 16. gibt es diese 15-fachen Meilen. Im Büroshop gibt es 18-fache Meilen am 15. bis zum 16. Rest vom Monat 4. Weiter geht es bei Maison du Monde, 10-fache Meilen am 15. bis zum 16. Juli, ansonsten gibt es 4-fache Meilen. Also denkt dran, der Aktionszeitraum für die Mehrmeilen sind vom 15. bis zum 16. 7. 10-fache Meilen gibt es ansonsten bei Lens Best, Gutscheine von Caduce, 8-fache Meilen bei Commer, 6-fache Meilen bei Conox, bei Teufel. Teufel hat übrigens coole Anlagen, wenn ich schon coole lache. Und 5-fache Meilen wäre bei Dyson oder Meatpacks was kauft. Der Aktionszeitraum hier ist wieder der ganze Juli, der 1.7. bis zum 31. September. Was natürlich bei keinem der Lufthansa-Maltern-Mor-Meilen-Highlights fehlen darf, das sind die Worldshop-Angebote. Worldshop-Angebote des Monats sind bis zu 25% Meilen und Preisnachlass auf Jet-Kids bei Stocker. Ihr habt das ja im Bild gesehen, da sind Kinderreiseprodukte, die relativ smart und intelligent sind. Da könnt ihr dann im Worldshop EU oder auch vor Ort in den Airpods-Stores vom 1.7. bis zum 31.7. bis zu 35% Meilen oder sogar Preisnachlass bekommen. Wer noch nichts von der Lufthansa Upcycling Collection hat, ist selber schuld. Das sind coole Sachen. Ihr habt ja mein Wallet gesehen, was ich da habe. Da gibt es jetzt bis zu 50% Meilen-Nachlass auf ausgewählte Designprodukte. Die Lufthansa Upcycling Collection, das sind ja alte Teile aus Flugzeugen oder aber auch von den Sitzen, von den Decken. Das wird alles dann gerecycelt. Es gab ja auch, glaube ich, mal was von den Schwimmbesten, wobei die Schwimmbesten, weiß ich nicht, ob die Life-Bestes von Lufthansa war, aber auf jeden Fall aus der Aviation. Und da ist es so, dass man als meiste Mordteilnehmer bis zu 50% Meilen-Nachlass, also Meilen-Nachlass, warum nicht Englisch, Meilen-Nachlass haben kann auf ausgewählte Designprodukte oder sogar Preisnachlass. Schaut hier nach auf worldshop.eu. Der Aktionszeitraum startet ab dem 1.7. Natürlich das, worauf ihr am meisten wartet, sind die Meilen-Schnäppchen. Und da wollen wir dann auch mal direkt hier als letztes drauf eingehen. Ja, ganz genau. Und zwar Reisen in der Business Class kommt als letztes. Fangen wir mit der Economy an. Malta-Hin- und Rückflug gibt es für 15.000 Prämien-Meilen. Tel Aviv für 25.000 Prämien-Meilen. Und diese beiden haben natürlich einen Buchungszeitraum vom 3.7. bis zum 31.7.2023. Dann gibt es Denver, Washington, Austin. Da wisst ihr ja selber, dass der Reisezeitraum bei der Kurzstrecke sind 15.8. bis zum 30.9. Langstrecke wäre der Buchungszeitraum gleich, aber 15.10. bis zum 30.11. ist der Reisezeitraum. Deshalb nochmal für 30.000 Meilen-Hin- und Rückflug Denver, Washington und Austin. Ist doch ein gutes Angebot. Kommen natürlich zusätzlich die Gebühren und Steuern drauf. Premium Economy haben wir auch interessante Ziele. Los Angeles, Seattle, dann aber auch Chicago, Hin- und Rückflug. Hier natürlich Buchungszeitraum. Ich mache es nochmal, 3.7. bis 31.7. Reisezeitraum bei der Langstrecke. Ich lese es immer wieder ab, damit ich keinen Fehler mache. 15.10. bis zum 30.11. 40.000 Prämien-Meilen. Auch ein geiler Deal, oder? Dann Danzig, Manchester, Prag, Catania und Olbia als Hin- und Rückflug 25.000 Meilen. Das ist übrigens Business Class. Ja, ganz genau. Das ist vom 3.7. natürlich bis zum 31.7. der Buchungsreizraum. Der Reisezeitraum bei diesen ganzen Kurzstreckenflügen sind der 25. nee, kurz 15.8. gut, dass ich abgelesen habe, bis zum 30.9. Wer innerdeutschreisen sucht, da gibt es Köln und Berlin mit Business Class-Flügen. Vom 3.7. bis zum 31.7. Buchbar und logischerweise 15.8. bis zum 30.9. Denkt dran jetzt, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert, welche Reise hat euch gefallen, welches Meilen-Schnäppchen, oder sagt ihr, die Meilen-Schnäppchen waren dieses Mal etwas mau. Ich bin in die Raucher-Lounge gegangen, weil müssen wir gucken, dass das nicht so viel qualmt, weil die Angebote so gut sind. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei den Meilen-Schnäppchen und den Meilen-Highlights. Und kommentieren, abonnieren, Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft. Danke für eure Unterstützung. Also, bis dann. Ciao. Und ich fliege jetzt weiter. Also, bis dann. Bis dann.